Oh Gott, oh Gott, also das erste Date sollte nicht so ablaufen Leute. Hallo Freunde der Virtual Reality, schön dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Wir zocken Drunken Bar Fight auf der Pico 4, das Game ist heute erschienen für 17,99€ und Drunken Bar Fight ist schon länger auf dem Markt, aber er ist heute halt auf der Pico 4 erschienen und ja, Drunken Bar Fight ist ein Game, wo wir uns prügeln, wir bechern ordentlich, prügeln uns wieder, bechern ordentlich, also es geht halt immer so weiter, wir können verschiedene Sachen machen, verschiedene Gegenstände benutzen, um uns da zu prügeln. Also es ist einfach so ein Fun Brawler, sag ich einfach mal und ja, ich würde sagen, let's go. So, das Game erwartet uns so, so können wir unsere Höhe kalibrieren und ja, dann haben wir auch ein Handy, wo wir uns dann verschiedene Sachen anschauen können. Mehr Spielerstart wollen wir nicht. Hier können wir uns unseren Charakter aussuchen, die müssen wir auch freischalten, noch einige Sachen. Dann gibt es hier auch noch Sachen, die man auch noch freischalten kann, Accessoires und ja, hier ist eine Liste von den freischaltbaren Sachen, schließt zum Freischalten eine Bar ab und so weiter und so fort. Dann gibt es die Möglichkeit auch verschiedene Modis zu spielen, unzerstörbare Waffen, ein Gott-Modus, wo wir wirklich ganz stark sind, also der Touch könnte ein bisschen besser funktionieren, muss ich ganz klar sagen. Endlos Level, abgestufte Drehung, das machen wir mal aus, wir wollen uns ganz normal drehen gleich, hoffe ich mal. So, Trigger gedrückt halten lassen wir mal, okay, so, dann haben wir die Möglichkeit, in diese Bar hier zu gehen, in diese hier zum Zirkus, dann gibt es auch noch, geht es ab zum Flughafen, hier geht es zum Rooftop, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, was wir hier machen können. Was ist das denn hier für ein Kerl? Oh, schauen wir mal. Ah, guck mal. Hör mich der Jubel. Ja. Ah, guck mal hier. Was bist du denn für ein Freak? Und jetzt kriegt er so einen Bud Spencer. So, jetzt können wir uns die auch packen, die Kameraden. Ach, hau doch ab. Okay, das wird jetzt brutal hier, oder? Also, es ist ein Game, was man nicht zu ernst nehmen sollte, definitiv nicht. Die Physik sind ab und zu ganz witzig, also das, was hier jetzt passiert ist, oder passiert mit den Gegenständen, das gefällt mir nicht so gut, dass die immer wieder aufploppen, aber vielleicht gibt aktuell die Hardware nicht mehr her. Na, komm. Nö, 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 du läufst nicht weg. Du läufst nicht weg. Ich könnte jetzt böse sein, was sagen, nein, sag ich nicht. Na, komm. Na, komm. Okay, wir gehen mal. Ich wollte gerade sagen, wir gehen mal hier raus, aber... Müssen wir da lang gehen zum Exit. Prügeln wir uns mal hier durch, oder? Oder war es das schon? Okay. So, und dann würde ich sagen, also das ist ein ganz altes Level, hier der Salon auch. Zeigen wir mal den Flughafen als erstes. So, mal schauen. Das war auch komplett neu für mich jetzt. Ja, und der Mehrspieler-Modus, der ist natürlich auch nochmal umso witziger. So, jetzt sehen wir auch, dass ich ein bisschen verschwommen schaue. So, ihr wartet jetzt hier alle. Ach, was bist du denn für einer? Oh, die Frau will jetzt auch was. Okay. Mal ganz kurz schauen, wo ich bin. Ich kriege sie direkt in eine Schelle, Junge. So, schaut mir alle zu. Schelle, Schelle, Schelle. Oh, ich bin der Fuss. Oh. So, ist natürlich brutal, aber. Ah, eine Heißkleppistole. Oh, ich bin der Fuss. Oh, ich bin der Fuss. Jesus Christ. Jesus Christ. Was ist das denn hier? Oh. Was war das? Das ist mal geil. so, ichека, wie? Was war das? Dann komm, ich hör mich nicht mit. Ich bin Hphinfisch ganz nett. Okay. Okay, das ist mein Glücksbringer. So, Wong Ray? Hi. Komm, hau ab, hau ab. Haut alle ab. Setz dich mal hierhin. Ich fliege, um Jennifer Connelly zu treffen, um zu sprechen und alles zwischen uns zu tun. Okay. Na kommt. Und jetzt. Für den brauch ich nur die flache Hand. Oh, das könnte gefährlicher werden. Hau ab. Hau ab. Du wirst nicht verlassen, was ich gerade testet habe. Es ist okay, ich bin ein Doktor. Riechen. Riechen. Du sollst riechen. Jennifer Connelly ist nie zufrieden. Oh, wo ist Rennark? Wo sind meine Hände? Ich rieche. So. Aber wo ist die Stewardess? Hm. Kommen wir hier raus? Yes. Haben wir das Level schon mal geschafft? Also, man kann hier echt eine Menge Spaß haben. Man darf das Ganze nur nicht zu ernst sehen. Manchmal funktioniert auch nicht alles so perfekt, wie man das wohl will. Kommen wir gerne jetzt mal hier rein. Da gibt es auch Zaubertränke. Und ja. Früher war es so, man musste einfach viel trinken. Dann wurde man irgendwann größer. Irgendwann hat man sich erbrochen. So. Trinken wir mal. Prost. Auf Ungarisch. Ecke Schicke drin. So. Und dann sieht man irgendwann, sieht man Flaschen, die ein bisschen leuchten. Da ist, da ist doch eine. Und die haben dann irgendwelche Fähigkeiten. Wir werden größer. Oder stärker. Oder stärker. Guck mal, wir haben hier... Ein bisschen Dart, ne? Oh, da ist was. Da ist was. Jetzt bin ich größer. Du brauchst Angst, Alter, ich habe hier. Ja. Oh, da ist was. Oh, jetzt bin ich größer. Ja. Ja, komm. Raus mit dir. Was willst du denn? Ich muss mal schauen, wo... Oh, ich bin kleiner geworden. Aber wir sind trotzdem gefährlich. I need to come up with a new... Da, da, da. So, raus mit dem Mist. So. Was willst du? So. Hau ab. Oh, jetzt kotze ich. Hau ab. Baseball. Also zu zweit macht das natürlich umso mehr Spaß. So, noch mal trinken. Vielleicht finden wir auch noch mal ein Zaubertränkchen. Guck mal her. So. 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 Und jetzt gehen wir mal woanders hin. Ja, ich weiß nicht, ob das immer noch existiert, dass man, oh ja, man Familien spielt, also das ist auf jeden Fall der Gegenüber, mit dem man spielt, was anderes gesehen hat, als man selber, also das war so ein kleines Problem. Ha! Komm, raus da! Ich hab den gerettet. Hi! Ja, die Physik ist halt nicht so wirklich echt, aber macht trotzdem Spaß. So, was haben wir hier? Ach, das gibt's doch gar nicht. Guck mal, da kann man jetzt die Zähne rausschlagen, okay. Oh, guck mal. Okay. My owner told me, he can't wait to train me to do all sorts of tricks. That's five dollars my grandson's... Ach je. Oh, was gefeiert. Der haut schon ab. Warte. So. Also der war doch nix, oder? Für dich. Guck mal, was das für ein Lappen ist. Warte, ich kümmere mich mal kurz um den hier. So. Stoß da was? Okay. Okay. Guck mal, da haut dein Freund ab. Ich lass dich in Ruhe, aber du guckst ein bisschen. Du guckst ein bisschen creepy, oder? Hey. Honey. Alter, das Lachen. Bleib so. Schau mal, ob wir ein Verdammeln machen können. Na, guck mal. Boah, wie machst du das? Ich hatte mehr Spaß, wenn meine Mutter Zygaretten auf mich als Kind, als ich hier bin. Ah. Schade. Schade. Kriegen wir den da rein? Okay, doch nicht. Ach, guck mal, hier haben wir Wasser. Oh, wow. Ah, guck mal, hier haben wir Wasser. Oh, wow. Ah, guck mal, danke. Oh, wow. Oh, wow. Das ist doch cool. Oh, wow. Na komm, ich hab gerade nur noch eine Hand. Na komm, ich hab dich doch gar nicht angefasst. Wir sind alleine. Okay, warum mir jetzt mein eigener Arm fehlt, weiß ich nicht. Komm, komm. Geh weiter. Ich nehm die mit, komm. Alles gut? Also das war ich nicht, damit habe ich nichts zu tun. So, was aktuell passieren kann, was eben passiert ist, dass eine Hand auf einmal weg ist. Dann muss man das Spiel neu starten. Aktuell sieht es noch so aus. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist. Ich denke mal schon, dass es nicht an meinem Headset liegt oder an meinem Controller, sondern dass es wirklich noch ein Bug ist. Aber wir haben den ersten Release-Tag, da kann immer sowas passieren. Ich denke mal, da wird mit Sicherheit noch ein Update kommen. Jetzt gehen wir mal da hin. Dann geht es nach oben. Ich glaube, das war eine Hochzeitsgesellschaft. So, haben wir hier irgendwo einen Zaubertrank? Wir sind betrunken. Hallo? Check, check, check. One, two, one, two. Also, die Braut ist weg. Die liegt bei mir zu Hause, okay? Also, sei nicht traurig. Hau ab. Oh, guck mal. Schau mal da. Da, man. Da, man. Ein paar, die mutig sind, hä? Da ist er, da ist er. Oh, schade. Wäre schön, wenn er hingeblieben wäre. So, jetzt müssen wir mal weiter trinken. Ich weiß, wo du lebst. Ich will alle töten! Was? So. Ach guck mal, da haben wir es wieder. Aber den können wir als Waffe verwenden. Ich muss noch was trinken. Wie gesagt, aktuell weiß ich noch nicht, ob es an mir liegt. Oh mein Gott. Stopp! Oder am Spiel. Kann natürlich auch der Controller sein, der mir gerade ein bisschen Probleme macht. Aber ich meine, das wechselt da auch schon mal. I'm gonna throw your ass off this roof. Help! My face isn't wet. So. Oh, guck mal. Ja, wir haben hier immer noch ein paar Grafikaussetzer. Komm. Ich will raus. Also, aktuell sieht es so aus, dass ich im Menü dann halt die Controller sehe. Ich kann die auch vernünftig verwenden. Hier im Spiel aber nicht. Man muss neu starten und dann läuft es wieder. Aber da erwarte ich einfach einen Patch, dass es dann wieder läuft und alles vernünftig ist. Okay. Gehen wir jetzt mal in den Saloon rein. Haben dann noch ein bisschen Spaß. Und dann habe ich euch soweit eigentlich alles gezeigt. Okay. Oh. Na hier? Wir haben hier irgendwo noch einen Zaubertrank, das war früher einfacher. So, kann ich hier hochgehen? Das probieren wir aber mal, oh, ne. Okay, weiter. Boah, der liegt aber schnell. Oh, guck mal hier, kann ich den bei dir verwenden? So. Boah, der ist aber kassiert, ne. Ah, komm, ich hab Durst. Ist das müde, oder? So. So, ich will, ich will erstmal die Musik leise machen. So. 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 Der war doch eben schon mal hier, aber raus. So, jetzt muss ich aber kurz mal, so. Boah, der, der hätte mich fast getroffen. So, ihr seid alles kleine Lappen, würde ich mal sagen. So. Ah, das war ein guter, das war ein guter Move, muss man, muss man ihm lassen. Komm, 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 hoch mit dir. Ah, schön, gell, mit mir geht's mal. Ah, das ist nicht. Ich kann't believe, dass ich habe mehr als Gehen zu fahren. Ah, äh! Ah! Ah! Du bist grad eine Statistik geworden. Scheiße. Ah! Ah! Der kleine, der ist aber hier. Ah! Ah! Okay. At least my gun didn't go off this time. Ja, hau ich dir den Hut vom Kopf, ne? Komm raus. Raus mit dir. Oh, da haben wir eine Ketchupflasche. Boah, die ist auch schon aggressiv, oder? Na? Hey, geh nicht mit mir so um. So, nimm den Lappen hier mit. Die taugen alle nix. Boah, die hat's drauf. Boah, Alter. Willst du? Oh Gott. Na komm. Oh, die Bulle, komm. Also, Ende des Kampfes. 26 K.O. Eroberte Bars haben wir zwei. Ja, und so macht man dann halt die Punkte und so weiter. Also, ich bin ja auch jetzt schon gut am Schwitzen. Also, es ist schon, dass man das auch als Workout nutzen kann und dabei Spaß hat. Ja, jetzt müssen wir dann halt wieder zu den anderen. Wie ihr seht, mir fehlt jetzt wieder der linke Arm. Und wenn ich ins Müge gehe, ist der wieder da. Von daher warte ich wirklich auf ein Update. Werd's dann auch unter die Kommentare schreiben, ob sich seit dem Update dann was getan hat mit diesem Bug. oder ob er an mir liegt. Da werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ja, Leute. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr jetzt diesen Kanal hier abonnieren würdet. Und ja, dann verpasst ihr nichts mehr auf meinem Kanal. Ja, Like raus. Wäre echt nice von euch. Kostet euch nichts. Und ja, hilft mir auf jeden Fall weiter. Dankeschön fürs Zuschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.